Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Telad und Billy. Es ist Krieg. Man, Tom Stubbs würde lieben, mit euch mit euch zusammenhängen. Er ist vielleicht ein Politiker, aber er ist kein Spiel. Ist das nicht, Dave? Oh, hell yes! Das ist der Anwalt. Ich würde gerne als Anwalt. Ich habe etwas Mescaline mit dem Weed in, Dave. Oh. Er hat es kein Ascalate. Oh, ja, ich liebe dich, Mann. Jonathan, schau an diesen Mann. Das ist Dave, Dave Grossman. Bei Day, Top-Lawyer at Scheister's, bei Nacht, eine Nacht auf der Straße, die sehr corporatischen Fortschritte repräsentiert. Say, Dave, bist du ein Bisexual? Haha, sehr lustig. Ich dachte nicht, so. Ich glaube, du bist nur wie Cock. Jonathan, Bong-Hir? Nein. Hey, Dave, entschuldige mich, Mann. Würdest du für einen Moment aufhören? Ich muss mit Billy sprechen. Bitte. Dave. Auf, Dave. Ja, der wird es eventuell nicht mehr ansprechbar sein. Bald. Okay. Ja. Ja. Ja, gut, ja. Das war schon in der Kippe-Teil oder so. Ja, Drogen zum Betäuben. Denkt richtig. Ja? Are you fucking kidding me? What? Where? Was? Okay, wenn wir angegriffen werden, dann einfach völlig intoxicated fahren. Ein paar Leute verlieren wir on the road und ein paar den Rest dann im Krieg. Oh, Herrgott, fahr doch schneller, Billy! Ja, ich fahr dir gleich drauf. Fahr! Schneller! Herrgott! Ich geb dir gleich ne Line. Shut your fucking mouth. Ich ramm dich auch gleich hier. Nein, jetzt gibt er plötzlich Gas. Okay. Na, wenigstens gibt er jetzt mal Gas, to be honest. Aus dem Weg. Ich will in dieses Feld rein. Dein scheiß Bike gibt nicht genug Gas. Ja, wir haben alle Dinge getötet. Alle Zeugen eigentlich. Aus dem Weg hier. Achso, das ist... Ja, ich geh mal auf Bloody Water. Hoppala. Passt mal ne Sekunde nicht auf? Das Bike schlägt aus. Wie so ein Pegel, Alter. Oh. Das sind ein paar von denen. Äh, wenn ich jetzt noch gut genug wäre am Zielen. Aber meine Maus spielt nicht mit. Beziehungsweise meine Fähigkeit, die Maus zu bedienen, momentan, glaub ich. Okay, jetzt glaub ich geht meine Maus langsam. Halbwegs wieder. Wo ist der? Wo ist der? Oh, das sind die... Ah, da. Gewesen. Jaja, moin. Okay, herzlich. Irgendwo ist da noch einer oben. Ach, da oben! Boom. Die haben ein Loch reingeschossen. Okay. Wahrscheinlich nicht gezielt. So was... So was sind die nicht in der Lage, glaub ich. Komm noch mehr. Okay, der ist hinüber. Der auch. Ja, wenn ich jetzt noch fähig wäre auf den Kopf zu treffen, ey. Da schießt jemand direkt neben mir. Irgendwie vertraue ich dem nicht. Ist da der... Okay, ist einer von uns. Okay. Na komm, stell auf. Hat sich. Stirb. Fällt runter. Gut. Sieht gut aus. Okay. Wen? Warum? Wie? Oh hey! Moin! Tschüss! Wo ist der letzte? Ist der da hinten irgendwo? Da unten auf dem Boden könnte ich sein Fuß treffen. Ja, hab ich auch. Na komm, zeig dich. So geht das. Ja. Das sind sie. In der Tat sind sie das. Welches ist mein Motorrad? Hoppala. Ja, das... hab ich mir auch grad so gedacht, dass der mir im Weg gelaufen ist. Aber im Endeffekt hat sie ihn gemauelt. Von daher alles easy. Na? Der eine fährt schon weg in aller Seelenruhe. Oh, Herrgott. Brauchst du noch ein bisschen? Ja. Danke. Boah! Move it up! Und dann bremst er erstmal direkt nach dem Losfahren. Alles easy oder was? Okay, nochmal schießen. Ich geb dich gleich out of line. So kurz davor. Na? Können wir jetzt... Hä? Okay. Das gerade eben aufgetretene Audioproblem habt ihr anscheinend gerade auch. Der rechte Kopfhörer hat eliminiert. Das liegt aber nicht an meinen Kopfhörern. Ja, Moment, ergibt sich aus der Logik, dass es nicht an meinen Kopfhörern liegt. Moment. Okay. Warum? Irgendwas klappt da nicht mehr. Ey. Ey. Ich bin grad mitten in der Mission. Ich kann nicht speichern und das Spiel neu starten. Das ist ein bisschen doof. Oh, da sind noch ein paar mehr anscheinend. Diesmal mal ein bisschen mehr... Fight so. Wo man auch ein bisschen mehr Aufwand betreiben muss. Na komm, dann nutze ich halt die, die scheiße klingt. Hey. Hi. Tschüss. Ist da gerade einer? Ja, hat durch die Luft geflogen. Moin. Ah. Stirb. Also, ähm... Grüße gehen raus an euer linkes Ohr. Bei dem wird es gerade laufen. Bei meinem läuft auch. Ihr hört wenigstens noch meine Stimme gleichzeitig. Das heißt, ein bisschen was mittenlastiges müsste noch da sein eigentlich. Außer das Mikrofon hat auch... ...mich... ...ein Bäcker. Aber das sieht eigentlich nicht so aus. Sieht so aus, als wäre... ...müsste das Mikrofon noch mittenlastig übertragen. Da habt ihr zumindest meine Stimme als Orientierung. Ähm... Mein linkes Ohr hört gerade immer schärfer und mein rechtes fühlt sich richtig dumpf an. Oben ist noch einer. Ja, da ist noch einer. Tatsächlich. Gewesen. Pardon. Ach, der brennt da hinten noch immer. Deswegen. Hey, er hat auch gehört zu brennen. Du hast aber lange durchgehalten hier. Wo ist er denn? Hm? Zeig dich doch mal. Guck her. Danke. Ja. Danke. Ihr nicht so. Wo sind die letzten? Da ist einer. Äh... Jetzt. Da ist einer. Der fällt jetzt eh von selber runter. Dachte ich mir schon, dass das wieder so eine Sequenz ist. Jetzt kommen hier noch welche. Ja, hör auf dich zu verstecken, du Vollhonk. Das ist ein Nein von mir. Auch für dich ein Nein. So. Nun hat sich das auch erledigt. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Oh hey. Was macht denn der hier? Ignorieren wir ihn einfach. Ich mische mich da nicht ein. Mich hat er nicht angegriffen. Alles easy. Lade. Lade. Brothers. Brothers, come on in. Gather round. Hey. Chill out. Brothers. Okay. Okay. I just got word that Jason's been killed up and broken. He was banging some Russian broadener. A heavy duty father didn't much like it. He hired a fucking Polak to do it. I think he was a serp, right? Fuckin' slap scumback all the fucking day. Shut the fuck up. Brothers, we will find a way to get pay back. Against this Polish, Russian, serp, I don't really give a shit. In the meantime, let's take a moment to remember Jason and all the other men who've given the finger to this shitty little thing that we call conformity. Amen, brother. Got that right. Now, Jason. Whoops. He's just a kid. But he hit the throttle harder than most of us, huh? The lawbreaker. Troublemaker. Beer drinker and Hellraiser. Uh, he didn't suffer fools. Got any piece of hole he wanted. Oh, is that time for a brother in need? And he was scared of precisely jack shit. That's right. Okay. In short, the kind of man I'd want to be. Jason Michael. Lost, but not forgotten. Amen to that person. Jason. Amen. Okay, soulmate. The time for pussy lickin an a ass kissin's over. We are brothers for life lost forever. In these perilous times is more important than ever that you follow your leader. Neétait. Remember, yeah. Nah, chill mo'. What a ego-trip, man, brother. Legit. JITY quite now with you, dude. Ne, anscheinend nicht. Okay. Aber nachdem ich gerade einen Audiofehler habe, pausiere ich hier kurz und versuche den Griff zu kriegen. Bis gleich. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, ich habe den Fehler überhoben gekriegt. Jo, klingt so. Warum auch immer der überhaupt aufgetreten ist. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber wir sind jetzt direkt beim B. Mach mal direkt mit B was. Mach mal direkt mit B was. Komm. Ich bin viel zu faul, erst noch zu Jimboy zu fahren. Aber B. Billyboy. Wenn du jetzt nochmal so einen Audio-Bug auslöst, dann töte ich dich. Und dann bin ich der neue Anführung. Nur damit das klar ist, ne? Halt deinen Maul. Wir gehören beide zur Lost. So, where did you get them from? Oh, you know, from a little contact I have, I really want you to cut me out of the loop. Now I get it. What is wrong with you? Hey, man. What kind of shit is out there? Billy, all you got those grabber. And that makes you what? A, uh, shit grabber? Shit grabber? Wow. Now see, I like how you did that. Der kommt mir so bekannt vor. Very nice. Ach, der war das. Johnny the Jew, how the hell are you? Do me a favor. Help keep this degenerate out of jail, all right? At least until he's paid you. I'll do my best. Yeah, later. What's he selling you? Toys, my boy. Toys. Switch time to toys, nigga. Now come on, let's go. Man, where are we going, Bill? Pay somebody a visit. Billy, man. Please don't be a dick. Johnny, you seem a little tense lately. Have you considered some analysis? Maybe a day spa? High colonic? High colonic. Muss ja mitmachen hier, ne? Uferlöcher. Ups. So. Wie wenigstens hat Billy jetzt ausnahmsweise mal einen Vorsprung, weil ich mich vertippt hab. Das ist doch schon mal gut. Geh aus dem Weg. I think you got me confused with Brian. He's the one who's permanently suckered onto your ass. Hey, Wayne. What the fuck? I don't know what you're talking about. You sound like me and acting. Okay. Ah. Jetzt können wir ja doch mal schneller fahren. Na, endlich. Hm. Don't you ever get tired of following Billy without knowing what's going on? That's what you do with Alina, dumbass. Yeah. Yeah. I'd be nothing but embarrassed to have you kissing my ass all day, Brian. Yeah, true. Über dieses schwarz-weiß-Symbol ist mir jetzt... Herr Gott, fahr zu, ey! Ja, das Symbol, das erinnert mich an Lionhead Gate Studios. Hättet ihr Lust auf Black & White 2? Das hab ich mir kürzlich installiert. Das war jetzt Let's Play. Na, komm. Ein Rennen mit der Lost Crew zum Audi-Clickhaus. Okay. Nun denn. Unabsächlich direkt vorbeigezogen. Sind die so weit hin... Sind die grad in Massenverkehrsunfall verwickelt oder warum brauchen die gleich so lange? Oh. Vielleicht ist ihnen genau das passiert, was mir auch grad passiert ist. Man darf nicht vom Gas gehen bei solchen Maschinen, sonst verliert man sofort die Kontrolle. Hab ich grad eben, äh, nochmal deutlich gespürt. Es geht, wenn überhaupt, nur, wenn man gerade steht, zum Gas runter zu gehen. Ich mein, ich weiß nicht, ob die sich in echt auch so verhalten, aber in den Videospielen hab ich das schon mehrfach mitgekriegt, so. Töte, überhaupt. Liberty Rock. Vladivostok möchte ich. Ich bin Russe. Das klingt eher nach Eurobeat, ey. Ja, gut, die Russen sind ja teils Europäer und teils Asiaten. Von daher... Ausatmiss. Vielen Dank. Oh Gott, ey. Ist ja richtig cringe. Nehme Arsch, krieg ich mit euch was. Ja, sicher. Halt die Fresse, Brian. Du gehst mir schon zu dermaßen auf die Eier. Heilige Scheiße, Mann. Ich reiß die Deine irgendwann ab. Ja. Hm. Ja, da kommen schon schießende Leute raus. Erstmal in Deckung gehen. Ist richtig, nur nicht die, die ihr glaubt. Ich wollte eigentlich meine Waffe wechseln. Ich bin blöd. Ha, ha, ha. Äh, ich bin zu blöd zum Waffe wechseln. Ich vergesse, dass ich eigentlich nur mein Mausrad betätigen muss. Na komm. Hui. Eine ganze Armee, die in die Luft gejagt wird. Na komm. Bleibt es doch näher. Dann kann ich euch besser in die Luft jagen. Naja, gut, dass der hier schon brennt. Der hier zeigt sich nicht, weil er eine Schwuchtel ist. Nichts gegen Schwule. Schwuchtel ist was anderes. Hey, ich sage mal. Ach, da ist noch einer. Wer von denen kehrt nicht, wenn er stirbt? Keine Ahnung, ich glaube, er sitzt tot. Aha. Oh. Mach die Aufnahme auf. Mal kurz hier Ding gemacht. Ja, time to fucking die. So. Ja, Timer ist aus. Okay, also die Mission machen wir noch fertig, würde ich sagen. Ich möchte hier drin bitte eine Granate loslassen. Jo. Dann fangen wir doch mal an, indem ich das hier mache. Okay, das scheint schon mal ganz gut funktioniert zu haben. Da ist einer. Gewesen. Oh, voilà. Da ist mir einfach die Munition ausgegangen. War zum Glück völlig irrelevant. Brennt da einer? Da brennt jemand. Hat der wie viel gebracht jetzt? Siehste? Gar nichts. Meine Güte, die nehmen aber auch alles als Deckung, egal ob es funktioniert oder nicht. Dicker, sie sind schon tot gewesen in der Mitte deines Satzes. Oh, die Deadbeats have got themselves one shitload of heroin. Hm. Oh, Heroin. Da war doch was mit GTA 4. Nico, Vanity. What the fuck is this? Two million in Armcandys go to payback as I can think of. Come on, brother. Hold your fucking horses, man. Now we're gonna steal their smack? Slow down. Slow down, huh? Hold up. Wait. Woo. Halt dein Maul, Brian. Yeah. Ich will ihm so ins Gesicht schießen. Legit. No joke. Okay. Oh, moin. Ich dachte erst, er lebt noch. Und chillt da nur so rum, aber... Dann erkannte ich... Heilige. Du fahrst mich halt fast, ihr Vollhonks. Oh, is it the peaks. Entferne dich vom Clubhaus der AOD. Ihr habt mich nicht gesehen. Bin ich der einzige Beige, der noch hinterherziehen muss? Ja, ich möchte da speichern. Okay. Ich möchte gar nicht, dass Billy besser mit ihm schießen. So. Dann beende ich an dieser Stelle aber meinen Part. Hoffe, hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Part. Haut rein, Leute. Tschüss. Ich möchte auf michい misinformation wieder. Und bis zum nächsten Part.